Musik 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 Das haben wir natürlich auch früher mal Bierprojektor VHS Beamer Auch bei den Projekten Tafeln So ein Bild hier von Yves Klein Das Bier von Montreal bestimmt auch um die ganze Zeit zu machen Zum Beispiel bei diesem Bild haben wir diese Möglichkeit dass wir zum Beispiel ein paar Dinge deutlich machen können und wir können das auch größer machen und hier mal habe ich die Möglichkeit den Stepshot aufzunehmen und mit der Schließe habe ich hier diesen Rund und ich mache ein negatives Quadrat dass ich etwas ausblenden kann und der Möglichkeit wenn ich genau treffe das Ganze noch und das besondere ist noch dass ich hier drin auch schreiben darf bleibt es noch oder mache ich irgendwann auch diese Möglichkeit ist da machen das heißt ich kann jetzt hier in jedem außerhalb der Software einen Screenshot machen kopieren 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 und dann muss ich wieder zurück gehen in mein Tool Desktop Annotation und kann jetzt hier sagen einfügen und dann habe ich das Ganze das Ganze vergrößern ich kann hier drin schreiben eine Annotation machen und wenn ich hier zurück gehe dann wird das quasi dann auch wieder zurück fangen wir gleich mal an mit dem Vorhang Bildschirm vorhang habe ich mir irgendetwas zu machen was ich mal eben dann verschieben und damit abnehmen mit diesem Tool kann ich meine entsprechende Formen machen und hier kann ich also noch mehr Formen hier holen das habe ich aber hier gemacht ich habe es hier auch festlegt das haben wir letztes Mal gemacht nur zur Erinnerung anklicken hier im Eigenschaftsbrowser und von Einstrengungen und zwar verschiedenmöglich Vertical und ich setze das Ganze erst mal wieder auf den Ursprung zurück hierbei genauso das heisst ich kann bestimmtes machen und das habe ich jetzt immer freigelassen das kann ich genauso das zu füllen mit aller Farbe das kann man relativ einfach machen ich kann sogar die Linie wenn ich sie genau treffe auch mit dem Farbe wer aber diese Farbe anders ändern will kann auch in den Eigenschaftsbrowser je nachdem was ich da anklicke kommen hier auch andere Optionen zum Beispiel die verschiedene Sachen ein Farbverlauf sehr gut dann mache ich das rot danach wenn ich das etwas haben möchte würde ich das hier zum Beispiel dann ziehe ich das hier rein und habe es und kann dann immer wieder neue aus da sich also nicht immer wieder was nehmen diese Ansichten habe ich je verständnis dann kann dann eins nach dem anderen aufhören dann kann dann eins nach dem anderen aufhören der developers sogar aufhören das fl Iím füllen zu Das, was wir am Schluss gemacht haben, ist natürlich auch sehr knapp. Das machen wir jetzt auch. Der Träger. Wichtig ist, bei dem Fraktionsbrowser bringen wir und wenn das nicht klappt, dann müssen wir den Platz noch machen. Alles klar. So. Okay, jetzt mal den Button so einladen. Auch solche Typen. Oder so welche. Habe ich einfach da reingesetzt. Das Blatt war weiß. Wir werden gleich ein Arbeitsergebnis sehen. Wenn ich oben da vorne habe, brauche ich eigentlich nur. Aber hier sehe ich ja, das ist ja. Das ist ja auch so. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier auf diesem Ort bin. Und dann habe ich ja auch drauf drauf. Und dann habe ich solche Fahrzeuge. Und dann habe ich auch noch nicht mal auf die Schläuche. Wenn ich den anderen Ort welche Seiten machen würde, das wäre ja nicht so. ийures mit gowns und kremen. Und dann habe ich mich auch drauf. Die 8-3-4-9-7-3-5-3-3-4-5-1-2-2-3-5-0-1-2-3-3-4-3-4-1-2-2-2-4-1-2-2-3-4-3-1-2-2-4-2-3-4-5-2-2-3-2-4-3-4-2-4-4-3-3-4-2-4-4. Untertitelung des ZDF, 2020